recht herzlich willkommen zur 40 folge von planet nomads neue version 0.8.4 ja es gibt weihnachtsüberraschung irgendwie wenn man neue survival spielt und ja das ist ja dann irgendwo ein jetpack oder so versteckt und das kriegt man dann okay ja kleiner fehler ist mir unterlaufen ihr habt leider kein sound im spiel also games und fehlt leider und was müssen wir dann jetzt machen die container sind hier gar nicht liegen die wir letztes mal haben also nach dem speichern sind die wohl weg und dann fehlen sie jetzt okay ich glaube nicht dass wir die letzte mal mitgenommen haben schade gott oder sind fehler oder so keine ahnung wollen wir hier ein nee wir haben sie nicht mitgenommen da sind sie nicht drinnen eisen silizium war das und kohlenstoff die fehlen genau naja wie ihr seht es gibt eine deutsche version also eine übersetzung ist da und ja da ich dieser sprache mächtig bin habe ich das mal ausgewählt sieht man hier alles schön übersetzt ob alles ist 100 prozent ist weiß ich nicht die sprache ist natürlich noch englisch im gesprochenen ok lass uns überlegen was wir dann machen warum silber und aluminium oder so und das müssen wir hier irgendwo weg kriegen mal schauen wo das hier ist was ist das ist das biomasse gucken wir mal ne früchte und sammeln früchte ne fruits und seeds sammeln ok kann jetzt nicht mitnehmen weil kein platz haben ja was machen wir dann biomasse warum hier fällen wir den mal und dann gibt er um wunderbar und biomasse noch mehr biomasse noch mehr biomasse dann da und noch ein baumstumm stück noch mehr biomasse und damit spitze auch gut das alles wird langsam dunkel sieht schick aus jetzt fängt es an zu regnen ja sonnenuntergang sieht auch schick aus ich glaube wir steigen ins auto und fahren weiter oder dann geht es los richtung norden weiter hier geht es nördlich weiter dann durchs wasser wieder dann ist eine insel schauen wir wieder hinkommen ok fischer so tief ist es nicht wenig sauerstoff sind wir auch weiter aber es geht wieder höher meine ich ne kommen wir wieder raus könnte sein ich glaube wir kommen hoch es regnet noch ok kriegen wir sauerstoff und hier ist noch wasser aber ne ist nicht tief guck mal dass wir auf die insel aber kommen was ist das was ist das keine ahnung steigen wir mal aus oh und wir sind vergiftet alles klar das ist nicht gut nochmal geschossen ok nicht da schalten sondern einsteigen so und können wir die vergiftung ist weg so fahren wir mal ja können wir es kaputt fahren gute frage ne ne ist nicht kaputt fahren wir weiter wieder nach norden ab ins wasser geht's glück steiler runter kann das sein viel zu schnell weiter geht's fahren wir den felsen hier oder im riff richtung norden ausrichten bisschen es fehlt uns wieder sauerstoff ein bisschen buggy ich weiß auch gar nicht wie der saft in den batterien ist müssen wir auch mal gucken wieder ausweichen hier ich glaube wir müssen mal auftauchen um wieder luft zu kriegen halt mal an und dann gehen wir erstmal hoch r-taste sauerstoffmangel ok und ja wir brauchen noch ein bisschen mehr oh da ist landensicht kann man da eigentlich rüber gehen oder aber wo ist das auto wo ist das auto wo ist das auto wo ist das auto direkt unter uns ok ok aber ich glaube da kommen wir nicht hoch ne gut fahren wir mal weiter ich glaube das ist zu steil da kommen wir nicht hoch ne 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 da komme ich nicht hoch fahr mal hier weiter sauerstoffmangel weiter geht's lass mal hier stehen gehen wir erstmal raus gucken wir mal dass wir da irgendwie hoch kommen oder gestaltet sich schwierig lass uns mal hier jetzt erstmal raus ok da gehen wir mal an land schwimmen wir schwimmen wir mal hoch laufen geht nicht so dann sind wir da ok was das machen wir das mal ab das ist aluminium und silber ok 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 kriegen wir nicht mit ist klar hmm trinken wir was essen wir was und jetzt können wir was mitnehmen das batterie wegpacken das sind sechs stück aber man weiß wofür die gut sind selber müssen wir erstmal A drücken selber haben wir aluminium kann man nicht mitnehmen ja guck mal weiter komm wir hier nicht hoch geht so langsam ne oder komm fliege ok weiter geht's wir sind ganz normal unterwegs ist so steil dass er nicht hochkommt noch höher und wie sieht es hier oben aus ok das sieht doch ganz schick aus oder sieht schön aus dann sind früchte um sowas haben bestimmt auch und da kommt der gegner irgendwelche moskitos oder so greifen uns an können wir auch schneller runter angegriffen nicht machen uns kaputt sind sie weg das sieht so aus gut dann gehen wir hier runter das können eigentlich bauen ja irgendwas kann doch bestimmt bauen oder müssen wir die beta drücken und dann gucken wir mal den container können wir doch mal machen oder kriegen wir denn hier hin da haben keine rahmen geht also nicht gut da muss man notfall drucker machen ziehen wir mal hier unten rein machen wir dahin auf die fünf dann bauen wir den da läuft und den können wir bauen kein problem öffnen rahmen brauchen wir eisen amber und kohlenstoff super den haben wir jetzt nicht dabei ja carbon ne carbon fehlt jetzt das eisen ist rübergelegt kann nicht bauen rohstoffe fehlen überall gut dann schauen wir weiter das eisen ist drin wir haben einen platz mehr und jetzt können wir da noch das aluminium nehmen falsche taste so dann nehmen wir die noch alle mit die sache batterie wieder runter ja jetzt brauchen wir noch den kohlenstoff da wo der 3d drucker ist da ist auch unser auto im wasser das finden wir dann wohl wieder das sollten wir finden auf jeden fall dann gehen wir mal ein bisschen rum vielleicht gibt sie irgendwo noch andere silber ressourcen gigantische bäume gehen wir dann mal rum hier einmal rüber fliegt das da oben ist eine schicke blume sieht auch gut aus gibt es da auch was und natürlich auch wieder so eine böse pflanze sein die uns vergiftet oder so dann müssen wir mal näher ran um die biomasse abzubauen ok gab es auch die pflanze spuckt wohl kein gift aus aber das ist auch nur biermasse ok es müsste wieder selber sein und aluminium ok kriegen wir das wird weg das da unten sieht ja eigentlich wie eisen aus ne verrostet fängt dann zu regnen wieder gehen wir mal das abbauen ist aber wohl nix nö nö ist nix schade nur felsen da ist noch mehr gucken wir mal was das ist wir haben jetzt keine körperliche energie mehr stamina hier fehlt das ist auch nix hilft uns also auch nicht weiter gut materie ist auch leer müssen wir schauen dass wir da irgendwie mit klarkommen ok da war was ist das kohlenstoff den romana oder kreisen irgendwie mitkriegen das schmeißen wir mal in kreisen kommt aber nix raus ja ich glaube es ist noch eine einmal geschichte gewesen jetzt haben wir noch hunger essen ist weg ne das hier das hier ist das einzigste ne da geht auch stamina mit hoch ok ok nehmen wir einen gut rest abbauen fertig ja das war es dann oder da sind die container die können wir nicht mitnehmen geht nicht ja dann würde ich sagen soll das für die folge reichen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss